Schritt 3 Verschiedene Reverse Sidekick Übungen für Dich Du hast jetzt den Reverse Sidekick drauf. Zum Schluss dieser Lektion möchte ich dir noch ein paar Ideen vorstellen, die du mit ihm machen kannst. Reverse Sidekick mit Kickbein halten Versuch bei dieser Übung das Kickbein in der ausgestreckten Kickposition kurz zu halten. Je höher du kommst, desto schwieriger wird die Übung. Versuch den Reverse Sidekick mit anderen Kicks Versuch den Reverse Sidekick mit den bisher erlernten Basic Kicks zu kombinieren. Super gemacht! Du hast jetzt den Reverse Sidekick drauf. Ich hoffe die Lektion hat Dir Spaß gemacht und bin mir sicher, dass das eine ziemlich coole Variation zu deinem normalen Sidekick ist. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Lektion. Bis zum nächsten Mal.